hallo leute hier ist credit shark alias carl mit titanfall am shooter sun kurzes aufschloss ich habe jetzt noch keine ein spielrunde gemacht habe auch allgemein schon lange kein titanfall gespielt die dlc sind ja schon seit längerem raus und ich würde sagen wir spielen jetzt mal einfach einen von den dlc expedition ist auf materialschlag gegangen moment 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 ja okay ja wie gesagt titanfall ist ein schönes spiel aber dazu muss man sagen dass es sehr schnell langweilig also irgendwie man spielt es und dann ja es verliert halt irgendwie so seinen reiz die ganze zeit rumzulaufen und irgendwie abzug ja gut das an sich nicht die idee an sich ist echt richtig gut aber irgendwie halb mich das spiel nicht ganz so sehr und ich habe noch einen offenen slot sehe ich gerade und ich werde endlich mal verbunden das ist ja ganz ausgezeichnet ja jetzt nicht einiges getan wie ich festgestellt habe als das letzte mal gespielt habe es ist schon ziemlich lange her das letzte mal spielen über die hier mit rein die täglichen ausforderungen war für mich auffällig neu 20 von soldaten mit folgende waffe ausschalten lmg zwei match up capture the flag gewinnen während du todgeweilt bist ja dann werden wir versuchen die täglichen herausforderungen zu machen ich denke ich werde so zwei matches machen oder zwei bis nicht zwei oder drei irgendwie auf jeden fall sowas zusammenfassung des letzten spiels hey guck mal wie gut ich da war es ist krass wie die wie es eigentlich völlig egal ist wie die prestige prästig sind vor denen spielen war ich immer mit einer der besten die wir stark so ein mist ja wie der mir eskalde den namen geklaut hat ja ex bank hat sich kann eigentlich mal weiter weg haben ja verkaufen ihre bringungsschwindigkeit für piloten nö mhm herzrasen flache atem da bist du bereit wahnsinn weg damit wie lange dauert denn das hier ok wisst ihr was wir werden jetzt einfach rausgehen wenn wir gucken wie wir ob wir was im normalen game finden teiten vorspielen ich würde dass das ein spieler protein als war ja genau äh capture the flagship werde ich jetzt einfach mal spielen weil ich habe ja noch meine tageseausforderungen die ich ja bewältigen will und so und wie ich gesehen habe ebenfalls auf diesen komischen schwarzmarkt ähm kann man sich man kann sich credits verdienen und zu diesen credits also für diese credits kann man dann irgendwie emblem und so einen scheiß kaufen so wie ich das bis jetzt gesehen habe so so mit o oder mit w so war profil ansehen kann ich mein eigenes profil nicht ansehen ich kann ja nicht wahnsinn maus 2 das ist maus 1 warum kann ich nicht so ein profil ansehen und warum sind so wenig wirklich immer ein 1 und 1 ok von mir aus dann machen wir ein 1 und 1 capture the flag das wird ja lustig gott was soll denn der misst jetzt warum sind so wenig online gut ich gebe zu ne obwohl es ist wir haben es wie spiel haben wir es 16.10 wie kann da jetzt niemand titan vorspielen wollen das ist scheiße na gut dann machen wir das mal nehmen einfach die op car nimm meinen liebling hier wir sind immer noch einer warum ist mein ping so hoch reguliert es sich auch mal wieder ja ja irgendwie schon haa da er noch mehr rum bündeln 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 So, ich nehme an, der wird straight einfach zu meiner Flagge laufen. Ja. Er muss jetzt hier hin. Er wartet. Nein. Gut. Kein gezittert. Das ist ja traurig. Peace. Da, 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 da. La, la, la. Man war das einfach. Ach ja, man kann nicht durch die Wand schießen. Das ist ja klasse. Komm. Da, 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 da. Also, das ist ein Match, das sich irgendwie nicht ganz fair anfühlt. Vor allem der ist Prestige 4, ja. Ich meine, Prestige 4. Hier. Ich dachte, da ist man irgendwie gut oder so, oder? Ah, er ist jetzt wieder da. Okay. Auf das wir uns wieder begegnen mögen. Peace. So, ein ziemlich langweiliges 1&1. Der Typ ist nämlich scheiße. Oder ich benutze einfach eine richtige OP-Waffe, was weiß ich. Schwing! So, so wie ich das jetzt einschätzen würde, wird er wahrscheinlich an seiner wunderschönen Stelle hier irgendwann mal anfangen zu campen. Er ist noch da. Oh, das ist ein Titan-Bloat. Oh, oh. Aha. Oh. Komm, hipsy auf, hipsy auf, hipsy auf, hipsy auf. Mhm, mhm, mhm. Scheiße. Okay. Ich würde sagen, ich habe sie ziemlich verkackt. So, der muss jetzt zu mir kommen mit der Flagge. Eins. gut gemacht auch das ist so traurig nein so ich sehe ihn scheiße Jetzt geht's. Ich bin am Gewinn, Bro. Nur so. Die Lose als Halbnis entstört. Mach einen Ersatz fertig und melde mich. So. Halbzeit. Wow, war das schwierig. Also, ich meine, dieses Spiel ist ja ganz gut an sich. Aber warum kriegen wir keinen neuen Typen rein? Das ist total scheiße. Ich meine, das kann einfach mal gar nichts. Ich meine, das Grundprinzip ist einfach nur... ... ... ... ... ... ... ... ... Ja, war ich richtig scheiße, muss ich nicht dazu sagen. Hallo. Gut, jetzt geht das hier oder so aus. Ich laufe mal in meine Basis zurück mit der Flagge. Jetzt hole ich sie mir noch einmal, weil du so scheiße bist. Na 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 ... na na ... Ah, nein So, wo bist du? Ob das hier nicht mal bei seiner Flagge kämmt oder so, ja? Ja, wie es bei mir rumgeleckt hat Scheiße Ja, da hat er echt einen Punkt gemacht Not bad, Bro, not bad Okay, wir haben erreicht, was wir wollen Großartige Leistung, Mission erfüllt Jippie Der ist geliebt Ja, Leute, dieses Spiel ist echt gut, wenn es nicht so leer wäre Ich denke, ich werde jetzt mal noch was anderes spielen Deswegen, bis gleich Hey Leute, und da bin ich wieder zurück mit Battlefield 4 Ja, übrigens, dieser Server ist offiziell von den Ballerbude Berlin The Home of the Three Bees Ja, also wenn das nicht mal OP ist einfach Ich hatte gerade schon eine kleine Einspiel-Runde Wir machen Team Deathmatch, wie ihr schon lesen könnt Bla, rhabarber, bla bla bla, rhabarber Auf der Lang-Kang-Damm Lang-Kang-Damm Und, ja Es lief gerade relativ gut Ich war positiv Ich hoffe, das wird jetzt auch so sein Ich lass mich einfach mal überraschen Hab ein bisschen Sanitäter gespielt Ein bisschen Versorgung Bisschen mit dem MG rumgenugt Und ja, ich hoffe, es geht jetzt mal los Ja, jetzt geh ich jetzt los Komm schon Das ist eigentlich die Dynamik auf dieser Map Der Damm dürfte eigentlich auch irgendwie mal einbrechen Ich hab den noch nie einbrechen sehen in den Damm Wenn ich ehrlich bin Ich glaub, da muss man echt richtig hart raufballern, damit der einbricht Falls der überhaupt einbricht Ich hab keine Ahnung Aber, soweit ich weiß, gibt's ja auf jeder Battlefield-Map irgendeine Dynamik Muss es, weil damit haben sie ja immerhin geworben Und ich warte, und ich warte, und ich mach meinen Schreibtisch kaputt Oh yeah Jetzt ich mich mit einem Schraubenzieher in ihn hineinsteche Hm Ja, ich wollte eigentlich eigentlich nur mal die Ballerbude Berlin zeigen Ja, das ist meine, richtig OP Und wenn ihr Lust habt, den zu joinen irgendwie in ihren, äh B-B-B-Clan Ja, dann joint euer Ich hatte es erstmal kurz Oder auch nicht Das geht nämlich schon los Wahnsinn Ich muss nur mal ein bisschen Werbung machen Da haben sie mich auch reingelassen Ich war wieder Sturmsoldat Mit der AK-12 Wenn er die Waffe auch irgendwann mal ziehen würde Was der fuck Ah, dankeschön Nachladen Nachladen Irgendwie läuft das Spiel gerade zu flüssig Allgemein wenn ich gerade aufnehme läuft das nicht mehr so flüssig wie ich das möchte Stürb doch Stürb doch What the fuck Kill dann Okay Nachladen Weiter Gates Tänk Das mal über K host Das mal Hannah Werfen Like a bass Oh ich hätte da unten bleiben Im kill gemacht Bitch, please Nice Nate Thanks Nate Or enemy Ich dachte mir so, ach, da stehen wir auf den Gegner. Ich bin da klein, die Scheiße. Versuchen wir noch mal unser Glück. Warte, das ist aber zu viel. Stop. Pfff, lol. The fuck? I'm mad? Hm, ja, ein bisschen. Okay, sehe ich schon, das wird gerade nichts. Versuchen wir mal ein bisschen rum zu Sniperinon. Ich weiß gar nicht, was bist denn du. Ach, versuchen wir es einfach mal. Hm, ich glaube, das war das neue, was ich verheiratet habe. Weil ich nicht so wirklich mag, aber zum Teil kann ich Schüsse haben. Okay, das hat es geschafft, sehr gut. Oh Gott. Ich schwaane übelst. Ich schwaane. Ich ahne übelst. Komm, bleib da nur mal stehen. Scheiße. Ah, 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 ah. Scheiße. Wir verlieren so, wie es ausschaut. Ich bin auch gerade nicht wirklich gut. Was soll ich noch mit dazu sagen? Warum sagen? Sieht man ja. Mano, nach Yolo, ich muss ja versorgen. Einfach ordentlich reinpratzen, dann läuft das. Scheiße, 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 scheiße. Oh mein Gott. Das ist ja ein cooles Emblem. Das sieht ja immer richtig fett aus. Das ist Batman. Ich bin Batman. Und wir verlieren. Das ist ja prima. Scheiße, ah, gut, egal. Ja, das war, äh, naja. Das heißt, er hat auch knapp was schon irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Hm. Verloren mag ich gar nicht. Okay, cool. Ich habe eine neue Granate freigeschalten. Das ist ja mal lustig. We won. BGT. We won. Mhm, mhm. So, ich denke, das war es erstmal für heute. Ich werde mal gucken, wie ich das zusammenschneide. Und ja, ich denke, es wird laufen. Okay, gut. Bis zum nächsten Sonntag, würde ich mal fast sagen, mit dem Shooter-Sandy. Und das nächste Mal vielleicht sogar mit mehr Leuten als nur mir. Und bis dahin, haut rein. Ja. Vielen Dank.